Hans Eder, Kathalle Magdl. Kath und Supermoto, das ist unser Leben. Aber was ist Supermoto? Supermoto ist nicht einfach nur Motorradfahren. Supermoto ist Rasten, Kratzen im Asphalt, wir kommen quer aus engen Ecken raus, wir fahren Powerslides und wir kürzen den einen oder anderen Radiostock gekonnte Fahrmanöver. Wenn du das lernen willst, bist du bei uns genau richtig. Wir zeigen dir wie das geht. Wir mit unseren Instruktorinnen und Instruktoren und die schauen wir uns jetzt mal an, denn Gas auflöst Probleme. Jetzt sind wir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.